Aus dem Berliner Light Mountain Studio Musotalk mit Produzent und Songwriter Benjamin Schwehn. Er schreibt Songs für Acts wie Eisbrecher und Tanzwut, aber auch für Schlagerstars wie Beatrice Egli. Hier entstanden auch die Tracks für seine ersten beiden goldenen Schallplatten. Los geht's! Herzlich Willkommen zu Musotalk, dem Music & Sound Production Podcast aus Berlin. Hi, hallo und herzlich Willkommen hier wieder im Light Mountain Studio. Wir müssen heute über Schallplatten reden, Vinyl und das Mastering dafür und die Vorteile und die Nachteile des Mediums. Und das alles anhand von FabFilter. Das ist hier unsere gesponserte FabFilterreihe, die ihr ja schon alle kennen und lieben gelernt habt. Es geht um Vinyl. Wir hören uns mal einen Song an, den ich letztes Mal schon in einem der Beispielsendungen mal verwendet habe, um euch daran zu zeigen, worauf muss man achten, wenn man ein Master für Vinyl abgibt. Wir schauen mal rein. Nichts Besonderes. Irgendein schnell zusammengeschraubtes Playback, aber auch da gelten die Regeln für Vinyl. Vinyl, der heilige Gral der Tonkunst. Oft auf Partys, die Älteren werden sich erinnern, hört man immer wieder, ja, ich habe jetzt wieder mir einen Schallplattenspieler gekauft. Das klingt doch viel besser. Das klingt doch viel wärmer. Und als Toningenieur kann man diesen Pauschalurteilen doch nicht besonders wohlwollend zustimmen. Ich schenke mir dann lieber noch einen ein und lasse den Zuhörer in dem Glauben. Das Vinyl, die Schallplatte, war jahrzehntelang das Medium, auf dem man Musik angehört hat. Es sind zwei Schallplattenseiten. Es ist aus einem, ja, plastikhaften Grundstoff. In denen werden mit einer Nadel Bahnen gekratzt und die Nadeln bilden die Musik anhand von Schwingungen wieder. Und die müssen wieder abgetastet werden durch eine Nadel. So, und jeder Mastering-Engineer, der in diesem Zeitalter groß war, wurde, ich definitiv nicht, wusste um die Vor- und Nachteile dieses Mediums. Vorteil war tatsächlich, dass man eine analoge Aufnahme hatte und alles war wirklich analog. Die Schallplatte ist ja auch ein analoges Medium. Heute spielt das gar nicht mehr so eine große Rolle, weil in 99% der Fällen ist das Master, beziehungsweise das, was man aus dem, was man von dem Mixer bekommt, ist alles digital aufgenommen. In 99, 98% der Fällen. Und von diesem digitalen Mix wird dann eine Schallplatte erstellt. Was ist denn jetzt also das Besondere an der Schallplatte? Im Vergleich zur CD zum Beispiel. Die CD hat eine weit größere Dynamik. Und bei der Schallplatte ist die Dynamik kleiner. Das heißt, vom wirklichen Rauschen, vom Grundrauschen bis zum lautesten Ton, haben wir eine kleinere Dynamik. Punkt 1. Punkt 2. Die Basswiedergabe, da muss man sehr aufpassen, denn, wenn man Stereobässe hat, sehr breite Bässe, muss die Nadel enorm weit ausschwingen. Und da kann sie aus der Rille springen, beziehungsweise man kriegt nicht mehr so viele Songs auf die Platte. Das heißt, 2. Wir müssen aufpassen, dass der Bass mono abgebildet wird, damit sozusagen die gute Klangqualität auf der Schallplatte gewährleistet ist. Punkt 3. Der Stichel, der die Masterplatte brennt, der neigt zum Überhitzen, wenn er extrem schnelle Bewegungen machen muss bei Höhen. Wenn wir also S-Laute oder Hi-Hats haben und die sind zu laut, dann wird der Stichel Verzerrungen hinzufügen. Und man hat dann wirklich so einen harschen, scharfen Sound. Den möchte man nicht. Also Höhen- und S-Laute kontrollieren. Des Weiteren ist der Lautness-War gar nicht so ein Thema bei der Platte, weil man ja jetzt nicht bei einer LP, ja, dadurch, dass man sie so langsam auch aufsetzt, sich dieses Rituales bedient, ist es gar nicht so wichtig, ob man noch ein bisschen nachdrehen muss von der Lautstärke. Bei der CD, die man ja damals im Auto, CD-Wechsler hatte, da ist es schon wichtig, dass die CD einfach laut ist, damit sie nicht abstinkt gegen die Konkurrenz. Da haben wir sozusagen bei der Platte ein bisschen mehr Möglichkeiten, uns ein bisschen mehr Dynamik zu lassen. Aber, Dynamik ist das Stichwort, extreme rausknallende, schnelle dynamische Elemente, wie zum Beispiel Explosions oder irgendwelche elektronischen Hits, können auch dazu führen, dass die Nadel rausspringt. Deswegen heißt es bei Part 4, Dynamik kontrollieren. Okay, wir gehen jetzt mal rein und schauen jetzt mal, auf welche Art und Weise ich diese ganzen Kriterien hier für mein Master erfüllen kann. Im ersten Punkt habe ich mir hier den Deesser geholt von FabFilter. Und das Coole beim Deesser ist von FabFilter, dass wir hier einen Allround-Mode haben. Das heißt, der ist dann quasi für Mastering-Anwendung prädestiniert und ein Split-Band-Modus. Split-Band heißt, er bearbeitet nur die hohen Höhen und nicht das ganze Material. Also bei einer Stimme zum Beispiel kann man das auf White-Band stellen, weil wenn die S-Laute kommt, kommt von der Stimme ja nichts anderes. Das heißt, er kann das ganze Signal runter regeln. Beim Split-Band-Modus regelt er nur in dem Moment die Höhen runter. So, also versuchen wir jetzt erstmal hier unsere Höhen so ein bisschen einzugrenzen. Hier können wir sie solo hören. Ja, das ist im Grunde schnell gemacht. Kein großes Hexenwerk. Wir gucken mal weiter. Da haben wir jetzt noch ein paar coole Funktionen, coole Möglichkeiten, sozusagen den sogenannten elliptischen Equalizer zu erstellen. Elliptischer Equalizer heißt, ein Equalizer lässt zum Beispiel für das Seitensignal die Tiefbässe nicht mehr durch. Und dementsprechend habe ich hier zwei Low-Cuts gemacht. Einmal für die Mitte. Hier kann man die Mitte einstellen. Das ist nämlich auch ein Punkt. Zu tiefe Bässe, ja, also ich sag jetzt mal unterhalb von 40 Hertz, werden von der Platte die Gefahr, dass es einfach nicht gut wiedergegeben wird, beziehungsweise damit klauen wir uns auch enorm viel Spielzeit. Denn wir müssen überlegen, so auf eine Schallplattenseite passen maximal 25 Minuten. Das ist so, oder ein bisschen mehr, aber das ist wirklich die Kurzgrenze. Besser und audiophiler sind wirklich diese Maxi-Singles mit schnellerer Geschwindigkeit, wo man dann vielleicht nur noch einen Song auf eine Seite packt. Da konnte man damals bei der Disco-Musik viel mehr Bass draufpacken, viel mehr Information. Das war auf jeden Fall ein Klanggewinn. Aber wir wollen ja diesmal eine Langspielplatte machen. Dementsprechend machen wir hier einen Low-Cut in den tiefsten Bässen. Und oberhalb von, manche sagen ab 150 Hertz, kann man einen Low-Cut für die Seiten machen, damit die Seiten keinen großen, also die Bässe in der Seite keinen großen Raum einnehmen. Wir hören mal rein. Diese wabernden Bässe hier, die sind dann weg. Der nächste Punkt gehört dann zu dem Thema Dynamik eingrenzen. Ich habe hier die Kick, also ich habe hier den Oberbass ein bisschen verstärkt, weil ich den Tiefbass entfernt habe und habe aber da den dynamischen Modus drin, damit er mir die Kick sozusagen immer wieder ein wenig duckt, in dem Moment, wo sie kommt. Und hier oben, um diese zirpenden Höhen auch nochmal ein wenig zu dem DSer dazu nochmal ein wenig abzumildern, weil diese könnten uns tatsächlich bei der Platte den Klang ruinieren. Unter uns Gebetsschwestern. Das ist übrigens der Grund, warum alle sagen, die Platte klingt so unglaublich warm. Übrigens, zu dem Thema auch nochmal. Ich komme mir ja schon so läschmäßig jetzt vor. Früher, als die CD rauskam, gab es ja dieses Gerücht, beziehungsweise die CDs klangen halt noch nicht gut. Das hatte folgende Gründe. A, hat man einfach die, weil man sehr schnell diese CDs wieder rausbringen wollte, hat man einfach CD-Master, äh LP-Master genommen, so wie sie waren, hat sie einfach durch die damals schlechten Wandler gejagt und auf CD gepresst. Dann hatten die CD-Player auch noch schlechte Wandler, noch viel schlechtere Wandler als in den Studios und deswegen klangen die ersten CDs so blechern und scharf. Das hat mit dem Medium aber nichts zu tun. Es gibt aus den 90er Jahren, da fingen die CDs an, so fantastisch zu klingen und die Vorteile waren, finde ich, gegenüber der LP weitaus größer. Mittlerweile sind die Wandlerbauteile so gut und so günstig geworden, dass das Thema eigentlich komplett durch ist. Und bei der Platte darf man nicht vergessen, wir haben das Knacksen, wir haben das Rauschen, wir haben das Rumpeln. Selbst bei guten Abspielgeräten ist das immer noch ein Teil des Problems. Weswegen ich kein mega großer Platten-Fan bin. Das wisst ihr aber auch. So, Dynamik eingrenzen war unser Stichwort und da haben wir unseren C2. Wir hören nochmal rein. Achtet mal drauf, wir haben eine Snare oder ein Clap und diese Kick. Und da greift jetzt der Kompressor zu. Wenn ich jetzt nur möchte, dass er nur die Kick nimmt, kann ich mir hier bei dem Sidechain-Modus auch noch die Höhen rausziehen und dann wird er nur die Bass bearbeiten. Wir hören das mal rein. Konnte man ganz gut hören, dieses Chap, das wird dann halt teilweise nicht mitgenommen. Hiermit grenzen wir uns ein bisschen die Dynamik ein. Immer der Überlegung entsprechend, dass wir nicht zu extreme Dynamik-Sprünge haben wollen. So, und jetzt kommt die große Frage, wie laut machen wir es denn? Also da gibt es verschiedene Theorien. Man sollte natürlich schon die alte analoge Regel möglichst weit über dem Rauschgrund sich zu befinden ausnutzen. Das heißt schon daran zu gehen, wie weit es, also so weit wie möglich hoch zu gehen. Allerdings, wenn wir einen Limiter einstellen, so wie bei der CD oder beim digitalen Master, dass der wirklich oben nur noch 2 dB Bewegung macht, kann der Schneidkopf enorm heiß werden und durchbrennen. Und der ist sehr, sehr, sehr teuer. Also ein Mastering, ein Plattenstudio, ein Plattenpresswerk hat mir also an die Hand gegeben, so bei minus 10 dB LUFS sich aufzuhalten mit einem maximalen Ausschlag von auf 0 oder 0,1 ist ausreichend. Weil man geht sowieso nicht, wie bei der CD, wirklich in den Wandler, sondern das Presswerk guckt dann, dass sie das nochmal einpassen. Das heißt, wir müssen auf diese Truepicks, die meinte ich, bei den Truepicks müssen wir gar nicht so sehr drauf achten. Natürlich ist trotzdem da gut, einen Limiter zu haben, damit einfach das auch nochmal abgemildert wird und nicht durch die Decke schießt. Aber von der Lautheit gucken wir nochmal rein, wo wir jetzt hier so sind. Ja, wir können hier oben sehen, 11, 12. So, das wäre jetzt zum Beispiel eine Lautheit. Damit könnte, glaube ich, ein Presswerk ganz gut umgehen. Es werden heutzutage auch einfach ganz viele Leute, weil dieses Wissen einfach kaum noch da ist, auch ich musste mir das erstmal wieder so anlesen und ein bisschen mich damit beschäftigen, weil ich jetzt mehr und mehr Anfragen kriege. Masterst du auch Vinyl? Ja, mache ich zwar nicht gerne, aber ich mache es. Deswegen werden auch viele Master, die einfach für die CD oder fürs Digitale gedacht sind, auch ans Presswerk geschickt. Und das Presswerk muss dann auch diese ganzen Schritte nochmal überprüfen. Was ist mit der Tiefbasswiedergabe? Teilweise müssen sie dann nochmal sagen, hier, bitte nochmal anpassen. Oder sie jagen es halt durch eine Default-Einstellung, also quasi einen elliptischen Equalizer, um die Bässe zu entlasten und so weiter. Das ist aber dann nicht so gut, weil, wie gesagt, sie dann vielleicht Sachen machen, die man gar nicht so will. Und wenn man das einem Profi gibt, der genau guckt, okay, das könnte ich noch rausholen bei dem und dem Sound, dann ist es sicherlich besser. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, Zuhören, Fragen, Anmerkungen, Pöbeleien, wie immer gerne unten in die Kommentare. Fabfilter hat, wie gesagt, alles im Programm, um ein gutes Vinyl-Mastering zu machen. Bleibt gesund!